Florian und Beatrice, zwei leidenschaftliche und kreative Seelen, sie sind nicht nur ein perfektes Paar im Leben, sondern auch eine ständige Inspirationsquelle füreinander und alle um sie herum. Die Geschichte ihrer Liebe ist nicht nur eine leere Seite, sondern auch ein farbenfrohes und bedeutungsvolles Abenteuer. Alles begann mit einem Musikauftritt in einem kleinen Café in einer Großstadt. Florian zog mit seinem natürlichen schauspielerischen Talent und seinem faszinierenden Charme Beatrices Blick vom ersten Mal an auf sich. Sie konnte ihn nicht aus den Augen lassen und von da an erblühte eine romantische Liebe in ihren Herzen. Doch nicht immer ist das Leben so rosig wie im Märchen. Florian und Beatrice haben viele Prüfungen und Schwierigkeiten durchgemacht, bevor sie zusammenkommen konnten. Das Künstlerleben ist nie einfach, mit Arbeitsdruck und hartem Wettbewerb. Wichtig ist jedoch, dass sie sich trotz aller Schwierigkeiten immer gegenseitig unterstützt und ermutigt haben. Dieses Ereignis ist nicht nur ein wichtiger Schritt in ihrer Beziehung, sondern auch ein denkwürdiger Meilenstein in ihrem Leben. Sie veranstalteten eine romantische, farbenfrohe und bedeutungsvolle Hochzeit, bei der Freunde und Verwandte beider zusammenkamen. Aber es sind nicht nur große Momente wie diese, die Florian und Beatrice in Erinnerung bleiben. Auch kleine Momente und einfache Details im Alltag spielen eine wichtige Rolle für schöne Erinnerungen. Vom gemeinsamen Abendessen am Wochenende bis hin zum Bummeln und Genießen der romantischen Atmosphäre der Stadt bei Sonnenuntergang, sie wissen immer, wie man einfache, aber geschätzte Momente genießt. Darüber hinaus ist der Austausch und die Verbindung durch Kunst auch ein unverzichtbarer Bestandteil im Leben von Florian und Beatrice. Sie kreieren und treten oft gemeinsam auf, teilen ihre Leidenschaft und schaffen besondere Erlebnisse nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Fans. Beim Schaffen von Erinnerungen geht es nicht nur um das Bewahren von Fotos und Videos, sondern auch darum, unvergessliche Erlebnisse und Emotionen zu schaffen. Florian und Beatrice haben das verstanden und jeden Moment ihres gemeinsamen Lebens genossen. Letztendlich gehört die Geschichte der Liebe von Florian und Beatrice nicht nur ihnen, sondern allen, die an die Kraft der Liebe und Harmonie glauben. Sie sind der deutlichste Beweis dafür, dass alle Schwierigkeiten gemeinsam überwunden werden können und jeder Moment unvergesslicher und bedeutender ist. Nach einer schnellen Verfolgung wurde Linda, die in die Enge getrieben und verzweifelt war, von den Behörden festgenommen, als sie versuchte, aus dem Land zu fliehen. Als sie für ihre Rolle bei der Ermordung Marias vor Gericht gestellt wurde, kooperierte sie mit den Behörden und lieferte wertvolle Informationen, die zur Verhaftung der übrigen Mitglieder der Bande führten. Es war ein Triumph für ihre Familie und die Polizei. Als die Täter hinter Gittern saßen, fühlte Vater John ein Gefühl des Abschlusses. Auch wenn seine Schwester tot war, würde ihr Andenken in den Herzen derer weiterleben, die sie geliebt hatten. Und als sie sich noch einmal zu ihrer Trauerfeier versammelten, konnte er nicht anders, als ein Gefühl der Traurigkeit zu verspüren, das sich mit Erleichterung mischte. Als er am Grab von Maria stand, umgeben von Familie und Freunden, sprach Pater John ein stilles Gebet für ihre Seele. In den darauffolgenden Tagen fand er Trost in dem Wissen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Die Täter saßen hinter Gittern und Marias Andenken wurde vor dem Gesetz in Ehren gehalten. Und das ist unsere Geschichte für heute. Wie würdest du reagieren, wenn ein Priester plötzlich eine Beerdigung unterbrechen würde, an der du teilnimmst? Glaubst du, dass es möglich ist, dass Menschen ein Doppelleben führen?